Die Geschäftsführung ist dann am Montagnachmittag zusammengekommen. Und wie es bei uns üblich ist, ist dann anschließend, haben wir natürlich dann auch die Diskussion mit dem Präsidium des Aufsichtsrats gesucht. Und nach diesen Gesprächen sind wir dann eben zu der Überzeugung gekommen, dass wir uns von Dieter Hecking trennen sollten. Wir alle sind enttäuscht, für mich persönlich. Wir haben eben darauf abgezielt, dass es zwar nicht das erste Mal, das zweite Mal, aber trotzdem ist es eine Situation, die nicht schön ist. Wir sind enttäuscht, dass wir in eine solche Situation hineingekommen sind. Das Gleiche kann ich, glaube ich, auch für Dieter Hecking sagen, der natürlich mit dieser Mannschaft sehr viel erreicht hat, mit dem VfL sehr viel erreicht hat und der auch um die Situation wusste, dass wir einfach in den letzten Monaten nicht die Resultate erzielt haben, wie wir uns das selbst vorgestellt haben. Und dennoch ist die Enttäuschung groß gewesen. Wenn man in so eine Situation kommt, dass man sich trennen muss, vor allem im Verlauf einer Saison, dann ist es natürlich nicht, einer Person alleine zuzuschreiben. Ich glaube, das wissen wir alle, dass der Trainer seinen Anteil hat, dass ich meinen Anteil habe und dass natürlich auch die Spiele ihren Anteil haben.